Hallo ihr Lieben, es ist soweit. Wir haben ja heute Besuch, nämlich eine der Designerinnen des neuen 52 Weeks of Socks. Ist da die Barbara von Stieglitz? Ja. Hallo. Und wir kommen zur Verlosung. Wie angekündigt wird ja ein Kit verlost, das Originalgarn. Für diese Socken. Genau. Mit diesen Socken bin ich da ins Buch aufgenommen worden. Ja, wir sind ganz stolz, dass wir sie heute hier haben. Eine der Designerinnen. Ja, sollen wir? Sollen wir? Schütteln wir noch mal. Ich schüttel. Wer zieht? Zieh du. Nein, ich soll ziehen. Okay, ich habe einen. Also es ist halb voll. Ich habe einen. Es ist eine Online-Bestellung. Wir sagen natürlich nicht den Namen. Es geht, es wäre die Bestellnummer 74219 und es geht nach Erlinghausen. 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 Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und ja, da könnt ihr euch freuen. Es ist das Originalgarn, das schöne Exmoor Sock. Vielleicht sagst du ein bisschen was dazu. Ja, John Arben und Exmoor Sock sind drei verschiedene Garne, also von drei verschiedenen Schafrassen und 10% Nylon dabei. Das ist England. Ja, und das sind die Originalfarben, die wir hier ausgesucht haben. Ja, also, es macht sich gleich auf den Weg. Das Buch ist ja schon da, darum im Lostopf. Dann können wir nur sagen, viel Spaß. Happy knitting. Yes, happy knitting. Tschüss.